Moin Leute, willkommen in der mittlerweile 16. Folge. An erster Stelle, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben oder ich habe die 100 Abonnenten voll. Dafür geht erstmal 100 Mal Danke raus an euch. Ich sag jetzt nicht 100 Mal Danke, aber 100x Danke. Stellt's euch vor. Wer möchte, kann das gerne vor sich hin brabbeln. Uns fehlt jetzt die Zeit dafür, glaube ich. Wir wollen hier die Kriegskampagne weiter maastern. Was müssen wir denn hier machen? Detrakt-Truppen getötet, 15 Stück. Okay, dafür nehmen wir hier erstmal eine Höllenbässe rein, würde ich sagen. So. Dann gibt's hier Kataklism auf den Kopf. Kataklismus, ich hab's schon wieder gesagt, ne? Feuerregen hinterher. Und dann muss ich mir nebenbei schnell leechen, weil sonst hauche ich hier auch ganz schnell mein Leben aus, bei so vielen Mobs, glaube ich. Viele, naja, sechs Stück. Oh, guck mal, ich hab ja hier auch einen Artillerieschlag. Dann können wir ja ganz anders vorgehen. Pull, pull, pull. Pull. Habe ich jetzt gepullt oder nicht? Ne, hab ich nicht. Natürlich. Pull, pull. Alles zum Leerwandler. Artillerieschlag. Ich hoffe, der dauert nicht zu lange. Erstmal ein Gesu. Jetzt den Leerwandler heilen. Das war's ja schon. Das ist ja absoluter One-Shot. Also brauchen wir mehr Mobs. Möpse. Du. Achso, du bist eh der Letzte, der fehlt. Du darfst ganz würdigen Chaos Bolt fressen. Extra lang gecastet für dich, Digga. So, das war's. Da vorne ist das Fragezeichen. Das Question Mark. Ich muss euch mal was questionen. Wo ist der denn? Da drinne oder was? Oder wie? Oder was? Oder wer? Hier. Geht ab, hier. Stellt das Allianz-Banner auf und erinnert eure Basis. Okay. Das ist meine eigene. Darf ich die behalten? Tenants Feldwebelcamp oder was? Findet Unteroffizier. Sowieso. Es ist so schön, dass man hier überall hinfliegen kann. Es ist so angenehm. Richtig schönes Questen mit dem Flugmount. Hier, da ist er. Mit dem dicken Schwert von Sturmwind oder was ist das? Einen geilen Hut. Pflückt acht Kaktus-Feigen-Wurzeln in der Nähe der Knochensplitterschlucht. Und giftige Stacheln sammelt acht Salzrücken-Stacheln in der Knochensplitterschlucht. Die gibt es bestimmt von euch, wa? Kollege? Willst du gleich schon mal mitkommen? Oder willst du direkt einen Chaos-Bolt haben? Okay. Kriegst du einfach. Da ist ja schon einer. Hier geht es auch lang. Hier sind noch diese komischen Pflanzen. Hier ist der Nächste. Ich kann sich auch mal einen reinziehen hier. Bäm. Wie sieht es leveltechnisch aus? 5,8 Stunden bis zum nächsten. Okay, das kommt wohl, weil ich gerade AFK geeidelt habe die ganze Zeit. 22,5 Prozent. Ich glaube auch, dass die Kriegskampagne nicht ganz so schnell geht vom Leveln her wie das normale Quest. Aber dafür ist es halt eine Kampagne und bringt uns nach vorne. Im Content. Mehr oder weniger. Beim ersten Char sehe ich es ja noch eine. Aber bei meinen Twinks habe ich die auch nicht so gepflegt. Obwohl ich die jetzt in meinen Kriegern ein bisschen nachhole gerade. Aber auch einfach nur Spock. Nicht, weil mir da irgendwas fehlt oder so. Die sind ja auch schlimm hier. Bewachen die den Kaktus oder was? Kriegst Verwüstung. Warum sage ich heute eigentlich so oft oder was? Gibt es ja auch dieses Video von dem, der immer oder was, oder was sagt. Oder was? Dieser Schalke-Fan oder so. Das war lustig. So, so, so. Schnell bis zum Chaos-Polt hoch. Jetzt kommt er. Oh, er ist leider slow gecastet. Dann können wir dem Leerwandel mal kurz ein bisschen leben. Und dann kriegt ihr hier ein Kataklysm. Bisschen wie so ein Flugzeug davor zielen. Und Butch, Butch, na, vor allem Butch. Finish him, Chaos. Ey. Musst du hier so schnell respawnen? Na, wo du kannst ja von dort langsam niederbrennen, dann kann ich schon mal diese Kaktus-Feige hier erhren. Fünf von acht und fünf von acht. Schön gleichmäßig requested. Fireburn, Fireburn, Verwüstung, Chaos-Polt, gedoppelt. Und dann machen wir so weiter und so und so. Oh, das ist ein Slow-Cast, das ist ja langweilig. Fireburn nochmal nachholen. Ernten gehen. Bilder sind fertig. Also müssen wir jetzt nur noch die Blumen. Ich hab noch Akku von irgendwas. Von diesem kleinen hier. Der Kleinen hat aber auch mal eben 30k HP. Genauso wie die Großen. Hier, der da hinten bewacht, noch eine Blume. Hier ist auch noch eine. Und dann hab ich schon alle. Ey, der Leerwandel ist gleich tot. Ne, Lebenslinie. Lebenslinie. Dafür brauch ich mal einen Alert. Wenn der stirbt, guck da immer nicht so hin. Weil ich sonst eigentlich keine Chance spiele, die Pets haben. Aber ohne Pet bin ich halt auch nicht mehr als ein Mage, ne? Sogar noch ein bisschen weniger, weil der Mage ist drauf ausgelegt. Und ich nicht. Bam. Bam, Alter. So. Komm ich da hin, ohne zu adden? Natürlich nicht. Warum sollte das auch mal funktionieren? Wo gingen denn jetzt gerade diese ganzen Damage-Zahlen hin? Oder sah das nur so aus, weil das Grüne da so weggeploppt ist? Tschüss. Zählende. Das ist natürlich alles gut, um nachher kochen zu skillern. Glaube ich, dass man das Fleisch dafür braucht. Meine Charts sind alle noch nicht so weit auf kochen. Bis jetzt geht das immer noch alles mit den gekauften Matz und Fischöl halt. So. Verabreicht Warwick das Gegengift. Das ist Warwick. Mit dem hat man auch als Hordler zu tun, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, haben wir gemacht. Komm, komm. Wir stehen hier in Leistung. Fliegt zum Sanktum der Ergebenen. Da sollen wir uns ergeben. Achso, ich darf mit dem hier fliegen. Okay. Ist auch hübsch, ne? Ein kleiner Kinoflieger hier. Wo geht's hin? Das hier? Wir werden's sehen. Kann man in AFK gehen, während man Woldun entdeckt. Ist ja auch praktisch. 118. Es ist nicht mehr weit. Bis 120. Komm, seid in die Heile rot. Wehe, greift mich an. Scheiß Hordler. Ich darf das sagen. Ich bin selber Horde. Seit 15 Jahren. So, tschüss. Ich muss jetzt questen. Obwohl ich dir eigentlich mal gerne noch ein Chaosbrot reindrücken würde. Aber soll ich erst mal sagen, bitte greift mir nicht an. Und dann, nein, ich würde ich gerne. So macht man das. Hier, was soll ich damit machen? Banner verbrannt. Irgendwie habe ich diese Quest noch so ein bisschen in Erinnerung. Haben wir dasselbe als Hordler gemacht? Können die Allis dann auch wohl Pärer spielen? Das weiß ich gar nicht. Ist das wieder so eine geteilte Rasse? Oder Volk halt? Ich glaube, ich brauche hier einen Kataklysmus. So, Pärwandler hochziehen. Ziehen, 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 ziehen. Wer zieht mich hoch? Einer, ne? Muss ich wieder selber machen. Hier, greift ihn nochmal an und spotte mir in den Weg. Nichts nutzt. Jetzt hat er es geschnallt. Weiter geht's, weiter geht's. Da oben ist ein Rare. Den holen wir uns. Erstmal müssen wir hier noch ein bisschen was in Schutt und Asche legen. Dem kann schon mal ein bisschen sterben. Nur ein bisschen. Oh, jetzt mal hier wieder den Monster-Add. Ist aber auch nicht so schlimm. Solange mehr mein White Walker-Kollege den Scheiß abnimmt. Jetzt gibt's mit finstere Seele Chaos-Poles. Die knallen richtig rein. Bilde mir ein, dass sie mehr Schaden machen, wenn man sie langsam castet. Ich glaube, das ist völliger Quatsch. Wie viel HP hast du denn? 160k. Und die muss ich jetzt ohne finstere Seele runterballern. Anma. Na ja, dann ist es so. Der hat jetzt 8,8k gemacht. Gleich mache ich mal einen Slow-Cast. Und jetzt, jetzt pass auf, der macht 9,8k. Habe ich doch gesagt. Naja, so 1k Abweichung kann auch durchaus mal drinne sein. Bin ich fast gestorben, weil ich es wieder nicht für nötig gehalten habe, da raus zu gehen. Schon wieder. Während ich es noch gesagt habe, bleibe ich in der Scheiße stehen. Ist gut, oder? Habe ich noch einen Speedcast? Ja, gerade noch so mitgekriegt. Er macht aber auch ein bisschen Aua hier, der Typ. Sein Scheiß, Messer. Jetzt habe ich es aber gesehen, dass er es gecastet hat. Höhö. Pro-Gamer und so. Erstmal mich hochziehen. Jetzt den Leerwandler hochziehen. Jetzt ein KIP. Das ist aber enttäuschend gewesen. Gedroppt hat er auch nichts. Ich muss sich noch niederbrennen. Zweimal wahrscheinlich. Oh, Ad. Ad, Leerwandler hol sie dir. Jetzt halte ich hier nicht. Bis rumstehen. Kannst du die jetzt mal angreifen, oder was, du? Stimmt mit dir nicht, ey. Boah, ich kann noch kein Gesu ziehen. Leerwandler heilen. Feuerbrand auf alles. Bellenbästchen zur Hilfe holen. Pataklismus zur Hilfe holen. Feuerbrand zur Hilfe holen. Leerwandler heilen. Oh, ich habe noch einen News Trinket. Habe ich ja letztes Mal gekriegt. Vorletztes Mal. Habe ich noch gar nicht auf dem Zettel. Oh, jetzt pole ich für den Leech. Erstmal eine Zweiergruppe. Ob das so klug war. Weiß nicht. Feuerbrand. Feuerbrand. Der Dicke hier kriegt Verwüstung. Der andere kriegt ein Chaosboot. Oh, hoffentlich kommt er noch durch. Hoffentlich kommt er noch durch. Ja. Hat er aber nicht mehr getroffen. Egal. Hier geht's weiter. Pets. Auf da. Der Wanderer braucht eine Heilung. Der Wanderer braucht eine Heilung. So, beide Trinkets nehmen. Jetzt gucken, was der Chaosboot zieht. Von Damage. Achtung, Achtung. 12,5 K. Was bringt ihn das zweite Trinket? Ich bin primärwert 20 Sekunden lang um 404. Ist in meinem Fall wohl Intelligenz. Ist meine primäre Stärke. Also die vom Hexern. Ich meine persönliche. Aber das solltet ihr langsam auch schon gemerkt haben, oder? Aber das ist nur schlimm für die anderen, wenn man dumm ist. Genauso wie wenn man tot ist. Der Erspruch ist auch so gut. Oder das Meme. Das muss ich noch verbrennen. Hier. Los. 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 Und? Wo ist das? Question Mark. Das noch was. Das noch was. Das noch was. Ist er noch ernst, einen Ultra-Boss zu töten? Oder was? Ne, das hier muss ich noch. Befreiten James gerettet. Oh, wo kommt die denn alle her? Da hilft dir nur ein Kataklysmus. Und ein Feuerregen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier alles down kriege, ohne selber irgendwas zu sterben. Geht aus Wohlt. Kurz. Leerwandler hochziehen. Mich selber noch ein bisschen. Ich kann auch ein Gesu nehmen. So, komm, du bist frei. You're free. Wollen wir da jetzt noch ein Punkt? Weiß keiner, ne? Ist das hier der Eingang? Nö, hier bin ich falsch. Das hatte ich mit meinem Horden-Schar auch schon. Dass ich hier mit den Ebenen nicht klarkam. Wo wir wieder bei meinem Primärwert wären, ne? So funktioniert es auch nicht. Ah, hier aber. Guck mal da. Da sind wir. Das ist doch noch ein Flugpunkt, habe ich gerade gesehen. Den holen wir uns. Der Vollständigkeit halber. Obwohl wir ihn eigentlich gar nicht brauchen. Da wir selber fliegen können. Was soll ich jetzt machen? Sprecht mit ihm. Sehen wir es in euren Taschen? Hier, ich habe mit ihm gesprochen. Das will ich doch gar nicht wissen, wenn die Treulosen sind. Soll ich ihn jetzt hier noch machen? Verfolgt Warwick. Wo ist Warwick? Hier, kriegst du einen Mark auf den Kopf. Ich möchte dich verfolgen. Wer weiß, was da kommt. Ich glaube, wir gehen jetzt hier zum... Ne, doch, nein. Wenn ich jetzt zwischendurch losgehe und mir den Flugpunkt hole, dann ist die Quest wahrscheinlich gefailt, oder? Ja, nehmen wir meinen ganzen Scheiß. Ich brauche ein bisschen Space. In den Bags. Platz in den Taschen. Oh, gehen wir jetzt nach oben? Gehen wir jetzt einen Seelenstein? Ne. Aber ich kann mir mal selber eingeben, falls ich mal irgendwo sterben sollte, ne? Bei meinen waghalsigen Manövern. Rat der Tempelverteidiger. Nennen. Nennen. Hier gucken. Sammlung, Sammlung, Sammlung. Vorlagen. Was haben wir denn hier? Habe ich schon irgendwelche Sets? Drei. Angefangen. Oh, nur ein Teil. Den darf ich auch nicht aus den Augen verlieren. Naja, das finde ich gar nicht mehr so. Das ist ausgelutscht. Das fand ich für immer mega geil. Ich finde das hier geil. Das ist mega. Season 2 oder halt auch das, ne? Ist ja fast das Gleiche. Das schockt nicht so. Obwohl, da werden wieder Erinnerungen wach. Das ist auch cool. Ist das nicht so? Max Ramos ist hier gar nicht drin in Classic. Naja, lässt sich auch nicht mehr farmen. Das wäre echt so Erinnerungen wahr, wenn man sich das mal alles durchguckt. Boah, was war das denn? Jetzt der Angst. M.O.P., wa? Das war ja mal ein bisschen Porno. Das schockt auch. Hier, schön Vogelscheuche. Da passt der Walk auch gut zu, finde ich. Und wie sehen wir eigentlich aktuell aus? Das muss ich auch mal eben checken. Was hängt hier für ein Schlabber raus? Das finde ich ganz geil. Das ist hübsch. Das nicht. Das auch nicht. Und das geht eigentlich auch. Ist auf diesen komischen Schlabber da. Wo sogar ein grüner Tropfen dranhängt. So, genug rumgetrödelt. Weiter im Text. Meldet euch bei Hochkommandant. Kommandant. Kommandant. Okay, wo ist der? Geht so. Ist die Kampagne jetzt schon beendet, oder wie? Flieg. Flieg, kleiner Hexenmeister. Flieg. Schön, dass hier die Discord-Nachrichten rumnerven müssen, ne? Muss ich mal ausschalten, den Scheiß. So, so, so. Ich muss auch mal meine Mauns durchgucken, weil ich habe immer dieselben hier. Aber ich habe ja die Favoriten auch mal irgendwann gesetzt. Hier, fliegender Teppich. Ist der Hammer. Ich habe doch Schneiderei. Ich will ja auch einen Favoriten haben. Zack. Jetzt mal aufsitzen. Hier, bitte. Da will ich mal wieder mitfliegen. Das ist lange her. Uh, Aladin. Der Worg. 50k. Hier ist noch eine Quaste. Quaste. Geil. Zack. Setz die Kampagne vor, indem ihr die Quaste-Rückkehr nach Boralus in Voldun annimmt. Annehmt. Ja. Das ist sie. Und jetzt? Ist ihr ein Boot für mich bereit? Wo ist sie hier? Komm. Wir fahren zurück. Bringt uns nach Boralus zurück. Dann sind wir wieder einen Step weiter im Geschäft. Lieg hier direkt auf dich zu. Bäm. Herz von Azeroth. Macht auf Stufe 6 erhöht. Ja. Kuppen abholen. Kuppenausbildung. Bäm. Können wir hier schon was reißen? Zeitverzeltes Abzeichen. Wenig haben. Gold wenig haben. Die will ich haben. Ja. Azeroth links hochbringen. Das. 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 Ich hab keine 3 mehr. Ich schaff's jetzt auch zu zweit. Ja klar. Hier. Vision G. Vision G. Was steht jetzt hier? Reichsstufe 120, um fortzufahren. Leute. Das ist mal ein Statement, ne? Nimmt die Fähre nach Drust wahr. Achso. Das ist der letzte Angriffspunkt. Aber ich hab ja noch nicht mal das Sturm St. Tal fertig. Hier unten ist ja auch noch Action. Also. Machen wir erstmal. Sturm St. Tal fertig. Ich guck mal kurz auf den Tacho. Ja. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich bleib mal hier im Erholten stehen. Dann können wir wenigstens Level erholen, bis ich weiterspielen kann. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier doch einfach. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns. Auf die nächsten 100. Ne? Zum Abschluss. Ciao.